Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie ihr Items, Namen, Level und alles bearbeiten könnt. Und zwar müsst ihr dann erstmal bei mir in der Beschreibung unten auf den Link klicken zu diesem Save Game Editor von Nexus Mods. Und dann geht ihr auf Files, müsst euch kurz registrieren und ladet dann hier den Manuals Download runter. Wenn ihr das getan habt, bekommt ihr hier so eine Zip. Die müsst ihr dann mit einmal Winra entpacken. Habe ich schon gemacht. Winra packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung rein. Geht auf den Ordner drauf und dann bekommt ihr hier eine, ja, Browser-Datei. Und die öffnet ihr jetzt einmal. Und dann kriegt ihr dieses Fenster hier. Denn wir müssen jetzt einmal die Spiele-Dateien von Hogwarts Legacy holen, um natürlich das Profil zu bearbeiten. Dafür geht ihr dann einmal Windows-Taste R, ja, und gibt hier ein Prozent App-Data-Prozent. Drückt OK. Und dann kriegt ihr hier einen neuen Ordner. Ja, wir sind jetzt hier bei Roaming. Ihr müsst einmal bei App-Data drauf, zu Local, dann zu Hogwarts Legacy. Saved. Und dann kommt ihr zu diesen Config-Logs und Save Games. Und bei Save Games habt ihr dann hier eine Random-Zahlen-Kombination. Und wenn ihr in diesen Save Games-Ordner reingeht, habt ihr hier ganz viele Dateien. Für uns ist immer wichtig. Und zwar ist 0 bis zunächst 0, also hier immer ein Profil, und 0 bis hier immer ein Profil. Die müsst ihr dann einfach bearbeiten. Und zwar kopiert ihr euch einfach mit STRG-C hier oben den Pfad. Geht dann hier auf Save File und öffnet es mal hier. Und dann haben wir hier HL00-Sav. Die öffnen wir jetzt mal. Und jetzt kriegt ihr hier schon Sachen rausgespuckt, wie das Haus. Ihr könnt das alles im Nachhinein einfach ändern. Und so könnt ihr dann hier einfach durchgehen. Ihr könnt einen Namen ändern. Ihr könnt die Erfahrung verändern, die Talentpunkte. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch noch anlocken. Alle Travels, Locations. Ihr könnt alle Transfiguren-Items freischalten. Also sprich alles aussehen. Ihr könnt Talente auch wieder entfernen, falls ihr die doch nicht haben wollt. Wenn ihr aber mehr Talentpunkte freischaltet, könnt ihr natürlich alle holen. Und hier könnt ihr natürlich auch die Item-Mengen bearbeiten. Und dann geht ihr, wenn ihr fertig seid, auf Save File. Und wenn ihr diesen Download hier habt, müsst ihr jetzt einmal die Datei hier. Ich würde euch empfehlen, vorher Rechtsklick hier zu machen. Neu, ein Ordner. Ich habe jetzt BO wegen Backup genannt. Habe da einmal alle Dateien reinkopiert. Und dann habe ich sie erst bearbeitet, dass ihr immer, egal was passiert, nochmal es zurückholen könnt. Und dann geht ihr einfach hier, kopiert einmal das hier. Und dann, zack, gehen dann hier drauf, führen das hier ein, zack, Enter, ziehen das hier rüber, ins nächste Datei im Ziel ersetzen. Ja. Und so könnt ihr jetzt rein theoretisch überall vorgehen. So Leute, ich bin jetzt mal für euch in Hogwarts Legacy rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal I drücken, dann sehen wir hier schon, Louis modded, Account Level 40. Zum Beispiel bei Talenten, habe ich angegeben, 40 Punkte. Und die habe ich jetzt auch bekommen. Dafür mache ich einmal kurz die Cam aus. Ihr seht es, 40 Punkte. Ich habe nichts vergeben, aber ich kann mir alles holen. Sprich, das zum Beispiel. Das zum Beispiel. Und so kann ich mich jetzt halt einfach durchklicken. Kleiner Funfact. Ich habe es zum Beispiel so gehabt, dass ich meinen Namen geändert habe. Dieser wurde dann ganz am Anfang nicht richtig angezeigt. Ingame, aber dann schon. Es kann sein, dass es einfach einmal überspeichert werden muss. Das werde ich jetzt gleich austesten. So, ich bin jetzt mal speichern gegangen. Und wie gesagt, Ingame war mein Name richtig. Bei der Anzeigetafel am Anfang nicht. Probieren wir das gleich aus. Ist gerade für mich selber auch eine Erfahrung. Nee, ist immer noch der alte Name. Das kann einfach ein Fehler sein. Ingame ist aber dann auf jeden Fall richtig, Leute. So könnt ihr ganz einfach alles Mögliche editieren, was ihr so braucht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.